Die Keycard Handsfree macht Ihnen das Leben leichter. Sie müssen einfach die Keycard Handsfree bei sich tragen und sich dem Fahrzeug nähern, damit es sich automatisch entriegelt. Ein Aufleuchten der Warnblinker bestätigt die Entriegelung der Fahrzeugöffnungen. Vor dem Verriegeln des Fahrzeugs sicherstellen, dass Türen und Gepäckraum geschlossen sind. Wenn Sie die Keycard Handsfree bei sich tragen, entfernen Sie sich vom Fahrzeug. Sobald Sie den Empfangsbereich verlassen, verriegelt es sich automatisch. Die Warnblinker leuchten zweimal auf, anschließend ertönt ein akustisches Signal. Sie können Ihr Fahrzeug auch manuell verriegeln. Indem Sie entweder auf die Verriegelungstaste der Karte, durch Drücken dieser Taste, können Sie die Beleuchtung des Fahrzeugs aus der Ferne ein- oder ausschalten. Das ist praktisch, um es von Weitem zu orten, beispielsweise auf einem Parkplatz. Mit dieser Taste entriegeln Sie nur den Gepäckraum. Bei Bedarf können Sie den in die Dacia-Karte integrierten Schlüssel verwenden. Sie entnehmen ihn, indem Sie die entsprechende Abdeckung folgendermaßen verschieben.